So, jetzt sitze ich also hier mitten in Kyoto an der Bahntrasse in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wir sind pünktlich auf die Sekunde genau um 11.09 Uhr hier mit den Shinkansen angekommen. Und dass ich hier auf dem Weg ins Eisenbahnmuseum bin, sieht man schon hier an der kleinen D51. Und jetzt kommt da schon was gefahren. Okay, also auf ins Eisenbahnmuseum von Kyoto, mitten in Japan. Und jetzt kommt da schon auf den Weg ins Eisenbahnmuseum.